Ein gesunder Rasen braucht auch im Herbst die richtige Pflege, um gut durch den Winter zu kommen. Doch beim Düngen in der kalten Jahreszeit lauern viele Fehler, die im Frühjahr zu Schäden führen können. Wenn du möchtest, dass dein Rasen auch nach dem Winter kräftig und grün erscheint, musst du einige Dinge beachten, um gängige Fehler beim Herbstdüngen zu vermeiden. Einer der häufigsten Fehler ist die Verwendung des falschen Düngers. Im Herbst sollte der Fokus auf Kalium liegen, da dieser Nährstoff die Zellstruktur der Gräser stärkt und sie widerstandsfähiger gegen Frost und Krankheiten macht. Stickstoff, der das Wachstum fördert, ist hingegen weniger wichtig, da der Rasen sich nun auf die Winterruhe vorbereiten muss. Kalium sorgt dafür, dass die Pflanzenzellen stärker werden, was dem Rasen hilft, den Winter unbeschadet zu überstehen. Spezielle Herbstdünger mit einem hohen Kaliumanteil sind daher die beste Wahl. Diese Produkte sind genau auf die Bedürfnisse des Rasens in der kalten Jahreszeit abgestimmt. Ein weiterer verbreiteter Fehler ist das zu später Ausbringen des Düngers. Viele denken, dass sie bis zum ersten Frost Zeit haben, doch sobald der Boden gefroren ist, können die Nährstoffe nicht mehr aufgenommen werden. Der ideale Zeitpunkt für das Düngen liegt im September oder Oktober, bevor der Frost den Boden erreicht. So hat der Rasen genügend Zeit, die Nährstoffe aufzunehmen und sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Ein rechtzeitiges Düngen gibt dem Rasen die nötige Stärkung, um gegen die harschen Wetterbedingungen gut gewappnet zu sein. Auch die Verteilung des Düngers spielt eine wichtige Rolle. Wird der Dünger ungleichmäßig ausgebracht, entstehen im Frühjahr unschöne Flecken im Rasen. Zu viel Dünger auf einer Stelle kann den Rasen verbrennen, während andere Bereiche zu wenig Nährstoffe erhalten und verkümmern. Dies kann im Frühling dazu führen, dass dein Rasen ungleichmäßig wächst und farbliche Unterschiede aufweist. Um das zu vermeiden, ist es ratsam, einen Streuwagen zu verwenden, der den Dünger gleichmäßig verteilt. Diese Methode sorgt dafür, dass jede Stelle des Rasens gleichmäßig mit Nährstoffen versorgt wird. So vermeidest du sowohl Überdosierung als auch Lücken im Nährstoffangebot deines Rasens. Ein oft unterschätzter Fehler ist das Düngen auf nassem Rasen. Wenn der Rasen feucht ist, bleibt der Dünger an den Halmen kleben, statt auf den Boden zu gelangen, wo er benötigt wird. Das beeinträchtigt die Nährstoffaufnahme und kann im schlimmsten Fall zur Verbrennung der Grashalme führen. Der Rasen sollte also trocken sein, bevor der Dünger ausgebracht wird. Ideal ist es, wenn der Boden noch genügend Feuchtigkeit enthält, damit der Dünger schnell aufgenommen wird. Achte darauf, dass nach dem Düngen leichter Regen folgt oder du den Rasen wässerst, damit der Dünger in den Boden eingearbeitet wird und dort seine Wirkung entfalten kann. Nicht zuletzt vergessen viele Gartenbesitzer, den Rasen vor dem Düngen noch einmal zu mähen. Ein zu langer Rasen kann verhindern, dass der Dünger den Boden erreicht und erhöht zudem die Anfälligkeit für Schimmel im Winter. Langes Gras hält Feuchtigkeit zurück und bietet damit eine ideale Grundlage für die Bildung von Pilzkrankheiten. Es empfiehlt sich, den Rasen vor dem Düngen auf eine Höhe von etwa 4 bis 5 cm zu mähen. Auf diese Weise kann der Dünger optimal wirken, die Nährstoffe dringen leichter in den Boden ein und der Rasen ist gesund und kräftig, um den Winter zu überstehen. Ein kaliumreicher Dünger, der zur richtigen Zeit und gleichmäßig auf trockenem Rasen ausgebracht wird, ist der Schlüssel zu einem gesunden Rasen im Frühjahr. Vermeide die häufigsten Fehler und dein Rasen wird satt, grün und widerstandsfähig aus dem Winter kommen. Mit guter Planung machst du dein Rasen winterfest und bereit für die nächste Saison. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Gehölze du im November unbedingt schneiden solltest, dann schau dir noch dieses Video an.